Ich glaube, es gibt keine so vielen Menschen. Kommt nicht, wir werden gar nicht mehr als die erste Waffe gehört. Werden wir uns nicht mehr als zwei. Ich glaube, es gibt nur nichts, wir werden alles noch nie gemacht. Was ist ein Soulmate? Was ist ein Soulmate? Es ist... Es ist wie ein bester Freund, aber mehr. Es ist die einzige Person in der Welt, die dich besser kennen als jemand anderes. Es ist die Person, die dich besser macht. Es ist die Person, die dich besser macht. Sie machen das selbst. Weil sie inspirieren. A Soulmate ist die Person, die du mit dir träumst. Es ist die Person, die dich besser macht. Die Person, die sich besser macht. Die Person, die Menschen aussehen müssen, das niemand andere. Das ist die Person. Es ist die Person. Und auch das, die sich immer wieder liebt. Es werden die Person. Untertitelung des ZDF über 5.70.